curved aktiviert dannbury ist bei mir sondern Ehre so Ah, ich lieb's nicht, weil man immer so rumrennt, so zwei, drei kleine Musikkinder, Jürgen. Nein! Ah, 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 ah! Ehre, 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 gelob! Ehre! Wurde misshandelt. Und angesputten. Und bei Ebay Kleinanzeigen rauf gestellt. Stele ihn doch so. Ah ja! Und stele jetzt gerade so. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Wie kann man denn das, Alter? Brüder. Ich glaube, da kann jemand aber seine Playstation 4 unter Verschenken reinstellen, bei ihr in den Kleinanzeigen. Zu Verschenken. Er hat es wieder belägt, glaube ich. Ne, ne, ne. Sicher? Warte nochmal. ja jetzt haben wir es genau vor mir schmeckt meine mutter hat aus einem meter mit der schweren ich sehe kein ehrenmann ich finde die flügel haben eine gute größe einfach aus dem grund ich habe gerade aktiviert egal das ding ist der tag da vorne oben ich sehe nichts ja ich habe ja auf mich ist er wieder ich habe die beiden gewohnt schmeckt 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 hast du den aus dem flugzeug ich habe den kill dafür bekommen ich hab doch so wenig leben ich wollte so ein bisschen ich wollte so ein bisschen spannend machen der ganze das große ich weiß ja nicht sein kollege ist hinter dir ich habe ihn noch nicht gegeben der ist also wird one shot sein und das sind zwei verschiedene teams ach so was mach ich denn wo ist er wo ist er irgendwo unten ich hau mir mal ganz kurz ein mini rein nein ich fahre runter er ist hier unter uns habt ihr einen nein einer genockt hier kommt noch ein team oh mein gott noch einer noch einer wo 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 weißt du nicht hier auf der anderen seite hier habe ich oh mein gott digga Apo erld der echte oh mein gott digga oh mein gott digga das war gerade anders das war wirklich gerade anders ja hab ich oh na ma nein doch hier vor mir direkt vor mir halt mir kurz den arsch bisschen frei na warte ja was ist denn ach ne Stili was war das denn digga Stili also das digga das war es aber digga was war das ach wie konnte ich ja sterben das war so ein kleiner ride und der eine digga die sich so gestresst hat hat null kills dieser Yildir Muglu ja ich seh es auch gerade ja was war dieser John Weekday von der seite hehehe guck mal hier Stili Bigness weniger rum halt vom Braum digga Stili was war das denn digga dass man so einen Timelack hat dass es halt wirklich in der Luft ausgeht digga der piept doch vorher schon hast du weißt du noch nicht der ist unter mir im Haus ähm mach noch nichts lustig er wollte dancen digga hab ich er war vor mir Stili und hat an der Kamera diesen Standard Dance gemacht digga nein und hat erstmal einen 140er Headshot kassiert hehehe der tut mir so leid aber wenigstens hat er seine Challenge geschafft oh mein Gott links ein Lama digga komm nein nein ist nicht hast du leid monchi hehehehe ja du hast doch schon gesagt nein also das war auch dieses nein wiss ich auf den Nile ey jetzt oh man ich bin fett ja dauer 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 wahrscheinlich das hat sich halt echt real angehört da muss ich sagen du hast ja echt gute Schauspielschule ah da da ist der ganz hinten da ist er looten wo ist er oh Lama Steal no joke ich schwör auf meine Mutters Ehre guck mal wie es da drin ist wie schön digga ja besser ist das digga aufhinter die ganze Troll lol digga oh mein Gott digga wie ja richtig in der Wand hast du noch Blue Life digga ähm ne achso ich nehm das jetzt einfach mit oh 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 silly komm auf die Ehre von den Lamis Monty besser ist er Gegner drüben beim Haus echt äh ja warte ich schon oh von wem ja von den Gegner digga drüben linke Seite am Haus der hat da gerade aus dem Fenster rausgepiekt naja ah ich seh ihn oben Mann äh hör auf das war der wieder komplett ich ein bisschen hast du mir aber geglaubt sag ehrlich ja ne ich hab's wirklich gerade richtig geglaubt also bei den ersten wo du meinst auf den da hinten das hat sich schon ein bisschen safe angehört ach silly hab ich einfach gemerkt ich werde gleich pushen ich hab Minis und Bigness ja wow ich hab auch ein Bigness und äh Jagdgewehr bei mir ist close einer ja ich ging jetzt nicht warte ich komm er hat noch keine Waffe der andere der andere der andere ist vor mir digga die waren die waren soo digga Steal die waren nicht lost die waren lost der Uronkel hier ich hab selber Minis ja besser ist das komm mal her ich hab ein ich brauch ein Energy hier vorne ist fight geh direkt vor uns ich heil mich erstmal ich heil mich erstmal warte einer genockt sauber ja der eine ist hier vor mir Steal komm 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 ich rush ihn ich rush ihn dann die feiner pass auf pass auf digga meine schrumpf in der Ladehengung hab ihn hier oh mein gott digga hab ich seine Ehre genommen besser ist das besser ist das der schlug lebe sterbe berder er er der der er 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 er